Führen Sie die TikTok-Anwendung aus. Tippen Sie auf Ich. Tippen Sie oben rechts auf Drei Punkte. Tippen Sie auf Datenschutz. Aktivieren Sie Anzeigenautorisierung. Öffne eines deiner Videos. Tippen Sie unten rechts auf Drei Punkte. Tippen Sie im unteren Menü auf Anzeigeneinstellungen. Schalten Sie alle Abschnitte ein. Tippen Sie können Ihre Einnahmen unter Menü Kontostand Meine Einnahmen sehen. Tippen Sie im unteren Menü.